Ich lese hier so viel zu Warnstreiks. Wann geht es denn wieder an die Verhandlungen? Zunächst rufen Gewerkschaften vereinzelt zu Warnstreiks auf und dann zu immer mehr, um dann Druck auf den Arbeitgeber auszuüben. Wenn sich aber so gar keine Lösung anzeichnet, dann sind Erzwingungsstreik das letzte Mittel. Denn beim Streik gilt das sogenannte Ultima Ratio Prinzip. Erst wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind, dürfen Gewerkschaften zum Streik aufrufen. Und dann gehe ich auf die Straße. Ja, unbedingt. Deine Unterstützung ist dann ganz besonders wichtig. Und bring deine Kolleginnen und Kollegen zum Warnstreik mit. Lass uns zeigen, dass wir viele sind. Denn erst wenn die Arbeitgeber sehen, dass die Beschäftigten entschlossen sind und gemeinsam auf die Straße gehen, erreichen wir etwas. Es gilt also, je mehr wir sind, desto besser. Bis dann! Vielen Dank.